Wir haben weiter sehr viele verschiedene Weinen verfügbar, auch in tieferen Preislagen. Schauen Sie doch auf unsere Homepage hinein. Aktuell, was zum Beispiel sehr interessant ist, ist der Saint-Robert-de-Rote, der Spezial-Cuvée Pensey-de-Ville vom hervorragenden Jahrgang 2019. Ein exzellenter Bader, der mittlerweile auch eine grosse Gefolgschaft hat, Merlot betont und jetzt bereits seine erste Trinkriefe hat.